Herzlich Willkommen auf meinem Video von Monika Pratkin. Heute ist nun der erste Advent und damit offiziell die Vorweihnachtszeit. Ab morgen können wir dann wieder die Türchen öffnen. Und dazu habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht, einen Video Adventskalender. Jeden Tag gibt es eine neue Sache für die Vorweihnachtszeit. Mal etwas basteln, mal Pralinen selber machen, mal Tisch dekorieren. Lassen Sie sich also überraschen, es gibt jeden Tag eine andere Form zu diesem Thema, so wie es sich für einen Kalender gehört, damit es nicht langweilig wird. Verfolgen Sie also meinen Blog weiter oder meine Facebook-Seite. Damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und eine schöne Zeit bis Weihnachten. Dann wünsche ich mir Flüsse, die Wasser noch führen, Dornen, die weichen und Rosen, die blühen. Küsse mich, halt mich, lieb mich, für immer. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Ein Prinz, der sein Leben, sein Herz für mich gibt. Ein Kuss, der die Nacht und den Zauber besiegt. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Dann wünsche ich mir Flüsse, die Wasser noch führen, Dornen, die weichen und Rosen, die blühen. Küsse mich, halt mich, lieb mich, für immer. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Ein Prinz, der sein Leben, sein Herz für mich gibt. Ein Kuss, der die Nacht und den Zauber besiegt. Küsse mich, halt mich, lieb mich, für immer. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Dann wünsche ich mir Flüsse, die Wasser noch führen, Dornen, die weichen und Rosen, die blühen. Küsse mich, halt mich, lieb mich. Küsse mich, halt mich, lieb mich.